Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Gegenangriff. Genau Leute, wir waren ja hier beim letzten Mal in der ersten Mission vom Add-on. Und ja, wir müssen hier sehr verhindern, dass hier der Konvoi rausfährt. Allerdings erweist sich das als schwieriger als gedacht, wenn man nicht weiß, wo der Konvoi rausfährt. Das ist ja immer ein bisschen Kacke, ne? So, Sammler, sammle du jetzt bitte hier die Kack-Edelsteine. Sammel die ein! So. Verdammt nochmal, ey. So, ja, dann hat man auch noch widerspenstige Sammler hier, ja. Und wir waren aber dabei, beim letzten Mal hier die Angriffsarmee aufzubauen. Ganz genau. So. Gut, alles klar. Kann ich den nicht reparieren? Mienleger. Doch, alles klar, sehr gut. Alles klar, brauche ich jetzt einfach nur Gummipanzer hier. Was kommt da? Raketenwerfer, warum kommt hier ein Raketenwerfer? Ach du Scheiße, Leute. Oh nein. Ach, verdammt. Ja, okay, da muss ich da oben einfach noch ein paar Gummipanzer abstellen jetzt hier. Jetzt fahr den rum. Gummipanzer kommt her. Dann kommt ihr hier hoch. So. Weil wir müssen hier die Wege zuhalten. Das ist ganz wichtig, Leute. Wir müssen hier die Wege zuhalten, weil die Konvois, die sind sehr schnell. Ja, und wenn die irgendeine Lücke finden, dann kommen die da auch durch. Das ist so, Leute. Ja, Sir, bestätigt. Und, äh, ja, deshalb hier vier Panzer einfach mal stehen lassen. Oh, dann haben wir hier unsere Angriffsarmee, unsere kleine. Da, Sir. Ein paar Gummipanzer. Bestätigt. Und, jo, Sammler, du sammeln es mal bitte hier. So. Alter. Da ist sie! Ach, du Scheiße! Boah. Habt ihr das gesehen, wie schnell die Dinger sind, ne? Meine Fresse, ey. Zum Glück ist er genau in die Türme gefahren. Das würde ich sagen, speichere ich direkt mal ab hier. So. Die kommen, weil ich sind extrem schnell. Alles klar. Wenn die nämlich rauskommen, dann haben wir verloren direkt, ja. Aber direkt verloren. Das ist schon eine knackige Mission. Direkt in der ersten Mission des Add-ons. Schon mal hier so ein schweres Ding vor die Fresse geschmissen bekommen, ey. Stopp. Was, wieso? Angehalten? Nö, will ich nicht. So, Leute. Ich nehme jetzt erstmal diesen Trupp. Einheit bereit. Und mach mal hier den kaputt los. Sammelt euch erstmal hier. So. Macht diesen Panzer kaputt. Los. Wir sollen alles platt machen, auch hier. So, wir haben jetzt so ein paar Sachen tatsächlich schon platt gemacht von den, äh. So, diese scheiß Tesla-Spule da, ne? Macht die kaputt da los. Macht die Mauer kaputt. Macht die Mauer kaputt. Der hat so viele Tesla-Spulen hier stehen. Das ist unfassbar, wirklich, Leute. So. Einfach rein hier, los. Einfach rein hier und diese Tesla-Spule da weg machen. Los, macht die weg. So. Leute, sehr gut. Dann haben wir hier die Waffenfabrik. Und das hier. Das war ein Radar-Störgerät. In Form eines Tesla-Panzers. Da ist ein Konvoi, Leute. Weg mit dem. So. Sehr schön. Der Konvoi ist weg, Leute. Schon mal sehr gut. Ja, jetzt macht die Waffenfabrik hier kaputt. Los. So. Und runterfahren. Und Energie platt machen. Los. Energie platt machen. Ah, der repariert. Ah, verdammt. Das hat tatsächlich nicht gereicht, Leute, dieser Angriff. Ja, die Missionen hier sind schwerer. Muss man sagen. Die Missionen hier sind viel schwerer, Leute. So. Egal, Leute. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Großteil der Basis platt gemacht. Das würde ich sagen, speichere ich doch mal direkt. Das macht schon Spaß, ja, muss ich sagen. Du Sammler, sammelt bitte hier oben. Gut. Hier den... Was ist das denn? Forschungsanlage. Okay. Das ist so so ein Atom-Ding. Ein Konvoi-Truck versucht zu entkommen. Ja, gut. Aber das haben wir erst mal geregelt hier oben. Die Basis, die mache ich mit dem nächsten Angriff platt. Und... Ja, ich würde sagen, ich sammle die Panzer erst mal nochmal hier. Ja, Leute. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr habt bei... Guck mal, eine Konkar-Alarmstufe Rot 1. Beim Add-on. Beim ersten Add-on, Leute. Mit den Alliierten. Schon mal direkt hier so eine schwierige Mission. Ja, muss ich sagen. Aber... Jetzt, wo wir die erste russische Basis hier platt gemacht haben, geht das. So. Sagen wir uns bitte die letzten Edelsteine noch ein. Und fährst bitte hier hoch. Ha, wir haben irgendwie immer Geldnot, kann das sein? Na gut, egal. Wisst ihr was? Ich fahre mit denen jetzt los. Kommt. Team 1, sammelt euch mal hier. So, dann hoffe ich mal, dass der kommt, weil ich nämlich gleich... ...komplett weg ist. Und dann mache ich den jetzt hier Schritt für Schritt platt. So. Hört mal nach da oben, weil ich muss ja... Ich muss ja nicht unbedingt hier unten in die Tester-Spule reinfahren. In Ordnung. So. Macht die Energie kaputt. Los. So. Und macht die U-Boot-Werf kaputt. U-Boot-Werf kaputt. Los. Die Scheiß kaputt. So. Genau, Leute. Und, äh, ja. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. So, was haben wir hier? Brutz. Was haben wir hier? Forschungsanlage. Wegmachen, Leute. So. Wegmachen. So. Und... Boah, diese Tester-Spule da unten. Diese Tester-Spule da. Man macht die Scheiße kaputt, ey. Verdammt nochmal. Mach dich schneller kaputt. So. Diesen Panzer wegmachen. Diesen Panzer wegmachen. Flamme-Turm wegmachen. So. Sehr schön. Und den Bau aufblatt machen. Ganz genau, Leute. Bats. Bats. Ja, wir haben hier nur Gummipanzer. Das ist, das ist die Kacke dabei, wirklich. Mal drüberfahren hier. Putz, 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 putz. Oh mein Gott. Okay. So. Energie platt machen. Platt machen, hab ich gesagt. Los. Nein, nicht voll in den Raketenwerfer rein. Ist doch blöd. Wirklich. So. Energie ist platt. Die erste Basis ist platt. Oh, was haben wir hier? Noch mehr Energie. Aber mach erst mal diesen Raketenwerfer da platt. So. Leute. Tch. Tch. Die Sauens, ey. So. Leute. Schön versteckt die Energie hier. Schön versteckt hier. So, ich glaube, wir haben alle Konvois erledigt tatsächlich jetzt. Mehr war das nicht. Sehr, sehr gut. Bats. Und weg damit. So. Sehr schön. Was haben wir hier oben noch? Einfach mal ein bisschen erkunden erstmal noch. Bevor wir da unten jetzt gleich reinfahren. Weil das wird nochmal schwierig da unten. So. Wir haben hier noch ein Fass. So. Einfach draufschießen. Oh. Feindliches Gebäude Radar? Hier war doch irgendwas mit dem Radar. Moment mal. Hier war doch irgendwas. In Ordnung. Ach. In Ordnung. Den kann man erobern, ne, Leute? Stimmt. Den kann man erobern, diesen feindlichen Radar. In Ordnung. Genau. Das würde ich sagen, mache ich einfach mal. So. Ingenieur. Dann über... Über... Übernehmen, sage ich schon. Ja doch, übernehmen einfach. Muss ich sagen, erober den einfach. Erober ich den einfach mal. Und die, die können sich mal hier in der Basis sammeln. So. Die können sich reparieren fahren. Und wenn alles gut läuft, ist damit danach die Mission eigentlich schon Geschichte, ne? Wenn wir hier unten die Basis noch platt gemacht haben. So, was bringt denn das jetzt, wenn ich hier den Invasor nehme? Und hier oben den Radar einnehme. An die Mission kann ich mich noch so vage erinnern, ja? Auf der Playstation 1 damals. Das war ein... Das war... Ja, schon krass. So. Hm? Okay. Wo rennt der hin? Egal. Gut. Alles klar. So, dann kann ich ja noch einen bauen. Wird repariert. Und dann wird meine Armee schon größer. Tatsächlich. Jawohl, Leute. Geht's euch gut? Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Einheit repariert. Ein schönes Wochenende hinter euch. So. Natürlich fällt die Energie aus, ne? Klar. Erstmal noch ein Kraftwerk nachbauen. Einheit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Einfach hier. So. Durch das Kraftwerk sehen wir nämlich jetzt seine U-Boote. Äh, meine ich zumindest. Aber... Nö. Das hat gar nichts gebracht. Okay. Schade, Leute. Gut. Dann... Dann würde ich sagen, sammle ich jetzt einfach noch ein bisschen Kohle. Beziehungsweise Panzer. Und wenn die fertig sind, dann... Geh ich mal hier unten hin und mach die mal kaputt hier. Und dann sollte es das auch gewesen sein mit dieser Mission. Ja, das war die erste Add-on-Mission und die war schon knackig. Muss ich sagen. Ich musste irgendwie drei, vier, fünf Mal laden. Äh, jo. Wird gebaut. Jetzt kann ich auch ein bisschen schneller machen, die, äh, Geschwindigkeit, ne? So, Option. Nicht sehr schnell. Schneller. So, Leute. Jetzt kann ich auch schneller machen, genau. Ja, wobei, so viel schneller ist das gar nicht. So. Egal, Leute. Ja, doch, das ist schon ein bisschen schneller. Aber geht schon. Geht schon, Leute. Ich will euch ja noch ein bisschen mehr zeigen, als diese Mission, ne? Das ist ja logisch. So, Leute, dann. Marschieren hier. Runter hier. Los. Ist hier eine Tester-Spule? Ist keine Tester-Spule. Was? Okay. Gut, dann macht die Kaserne kaputt. Paket. Da sind noch Konvois. Ach, du Scheiße, Leute. Da sind noch Konvois. Erwartet ihr Befehle? Ähm. Ist das alles? Ist das alles? War hier nicht noch eine Tester-Spule eben? Na gut. Wenn das alles ist, dann ist das alles. Ja. Das war's. Alles klar. Cool. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Jo, wir haben's geschafft, Leute. Nach vier Mal laden oder so. Ui. Bonusgalerie freischalten. Griechenland. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, tragen wir unsere Punkte ein. Und fortsetzen. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder ins Hauptmenü zurück. Huh. Okay. Nächste Mission direkt. Zack. Einfach so. Wir konnten den Konvoi bis zu dieser unterirdischen Anlage zurückverfolgen. Wir vermuten, dass es sich hierbei um einen versteckten Zugang zur wichtigsten Öl-Forschungsanlage der Sowjets handelt. Führen Sie Ihre Truppen durch den Tunnel. Ach nein. Inside Level. Na gut. Durch die Tunnel und beseitigen Sie alle Feinde, auf die Sie möglicherweise stoßen. Seien Sie vorsichtig. Die Sowjets führen in dieser Anlage eine Vielzahl wissenschaftlicher Tests durch. Wir wissen nicht, was dort auf sie lauert. Und setzen Sie Spione ein, um das Gebiet zu erkunden und Fabriken zu infiltrieren, wo Sie Fahrzeuge stiehlen. Okay, krass. Die Mission ist abgeschlossen, sobald Ihre Truppen den Ausgang am anderen Ende der Anlage erreichen. Boah, hei, hei, Leute. Aber erstmal möchte ich mir nochmal bitte die Bonusgalerie hier anschauen. Dieser bislang unveröffentlicht und noch nie geführte Track ist ein weiterer Demo-Track für Alarmstufe Rot und entstand, bevor ein gemeinsamer Stil für den Soundtrack erfunden wurde. Das ist doch das von den A-Weisen, das Lied. Ja, krass. Okay. Da haben wir auf jeden Fall nochmal so ein Musikstück hier. Untertage. Oh, ne, Leute. Ich will nicht untertage gehen, aber ich muss. Ach, verdammt. Okay. Alles klar, dann machen wir das halt. Inside-Level, Leute. Ich meine, diese Inside-Levels hier, die waren ziemlich schwer. Gut, Leute. Ach, diese Musik. Ja, ich erinnere mich, Leute. Die Spione müssen, glaube ich, an. Vielleicht das auch, wenn der... Ne, Spion muss da hin. Okay, Leute. Ein Spion muss da dran. Was? Okay. Ja, gut. Aber gibt's denn hier Hunde? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall. Ja. Wow. Da ist schon einer. Hier, los. Kaputt machen. Kein Eins gegen Eins. Einfach kaputt machen. Die Musik kennen wir doch. Das ist doch die Kirchenmucke. Sind hier Hunde? Wir sind keine Hunde. Okay. Krass. Gut, Leute. Zwei Flammentürme. Hier kommen wir erstmal nicht raus. Riesen-Map, wie wir sehen. Und, ja. Oh, in der Tat. Genau, hier ist, äh, wahrscheinlich ein Computer, ne? Genau, Leute. Ein Flammenturm ist weg. Schon mal sehr gut. Und wir sollen alles platt machen, ne? Melde mich wie in Ordnung. Bitte, Kommandantin. Gut, dann... Würde ich sagen... Der Arzt, der kommt mal hier. Ja, Team Eins macht mal hier die Leute kaputt. So. Leute. Team Eins macht die Leute kaputt hier. Los. So, der Arzt, bitte. So, hier runter. Und hier runter. Ja, genau. Die Kirchenmucke, Leute. Die Kirchenmucke, jawoll. Ja, das macht schon Spaß hier, muss ich sagen. Oh, was ist das denn? Hier ist, äh, Dead End, okay. Dead End, alles klar. Hm, hier unten. Oder, komm ich hier rein? Ich kann den da reinschicken. Soll ich den da reinschicken? Ich speichere das denn erstmal. Mission 2, Add-on. So. So, Leute. Was ist hier unten? Hier unten ist gar nichts. Okay. Leute. Komm ich hier rein? Ich glaube, ich muss hier rein, ne? Gut, dann gehen wir hier rein. Gebäude infiltriert. Huh. Okay. Und jetzt? Ah, cool. Cool. Cool gemacht, Leute. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist ein Hund. Oh, Gott. Was macht der Hund? Scheiß Hund, ey, wirklich ein Soldat. Ja, klar. Hunde sind auch Soldaten, ne? Was zur... Oh, scheiß Hund. So. Das ist noch ein Hund. Und? Draufschießen. Genau. Wo ist der? Ähm. Okay. Das hier ist mysteriös, ja? So. Ja, der Spion hier, der ist ja jetzt irgendwie... Hier ist irgendwo eine Tanja. Ah, schaut mal her, Leute. Wir haben hier Leute. Und... Eine Tanja. Ah, krass. Okay. Das Ding ist halt, äh, schießen die? Schießen die? Die schießen, oh mein Gott. Scheiße. Die schießen, okay. Ja, gut, dann muss ich da aber mit dem Spion noch mal irgendwas machen, oder? Hm, bin mir gerade echt nicht sicher, also... Was sind denn hier die Ziele? Was? Wie, wieso Einheit verloren, Leute? Hä? Naja, gut, egal. Ähm, wir müssen ja hier alle kaputt machen, ne? Oder? Wie habe ich das gelesen? Den Ausgang am anderen Ende der Anlage erreichen. Ah, der scheiß Hund war das. Okay. Ja, wie soll ich jetzt hier durch? Wie soll ich jetzt hier durch, Leute? Da sind doch ein Haufen Grenadiere. Wie soll ich da durchkommen? Ähm, okay. Probier's einfach. Der Spion ist weg. Wow. Das ist doch... Wie soll das gehen? Wirklich. Boah. Wie soll das gehen, ey? Wenn hier überall Grenadiere rumstehen. Wirklich. Muss auf jeden Fall irgendwie an diese Tanja kommen. Ja. Weil sobald wir Tanja haben, ist das Ding gegessen. Ja, wir haben keinen Spion mehr, ne? Und das Ding dazu. Ja, wir müssen irgendwie hier durch. Keine Ahnung. Hä? Wie komme ich denn hier rein? Ach, Leute, ich muss leider noch mal laden. Shit. Okay. Du, 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 du. Ja, Inside-Mission. So, Inside-Mission. Ähm. Ja, Sir. Ja, sofort. Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Soll ich den schon da reinschicken? Gehen sie zur anderen Seite der Anlage. Ja, pff. Wie soll ich denn da hinkommen? Da sind zwei Flammtümmel, die Tanja bewachen. Bestätigt. Ja, Sir. Dann würde ich sagen... Wir müssen nur zur anderen Seite der Anlage, ne? Bitte komm für Königin und Vaterland. Ja, Sir. Gut, dann würde ich sagen, fahr da mal mit. Gebäude infiltriert. Und... So, er kommt jetzt wieder hier raus, genau. So. Jetzt kommt jetzt gleich kommt ein Grund. Oh, in Vaterland. Und ich mache jetzt mit dem hier erstmal den Flammenturm kaputt. Bitte komm an, oh, in der Tat. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Und dann geht ihr erstmal bitte hier raus. Was? Der scheiß Hund da unten, ne? Äh! So. Und... Da ist noch ein Hund. Meldet mich, Hanobot. Meldet mich, Hanobot. Sehr gern. Was macht dieser Hund da? Dieser Hund darf bitte nicht meinen Spion angreifen, ey. Sehr gern. So. So. So, was ist jetzt mit dem scheiß Hund da? Ja, Sir. Jawohl, Sir. Der Spion ist Team 2. Aber was ist mit dem Kack-Hund? So, Leute, speichern. Ich muss das speichern. Verdammt interessante Missionen haben sie hier, ja? Ja, Sir. Komm mal her. Setz dich mal im... Ach, da ist doch dieser Hund. Hä? So, nochmal laden. Ich brauche diesen Spion. Ich brauche unbedingt diesen Spion von da unten. Einsatz gelagert. Bereit zum Einsatz. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Ist da was? Ich glaube, ich versuche das mal mit einem Menschen hier. So, da kommt der Hund. Hund kaputt machen. Ganz genau. Ich glaube, der musste sich opfern, ja? Oder auch nicht. Sehr gut. Okay, dann kann der Spion ja da hinten dran. So, alles klar. Wir müssen gar nicht alle kaputt machen. Wir müssen einfach nur hier hinten rein. Ans Ende, okay. Ich verstehe schon, ja? Gut, wir haben jetzt zumindest nochmal den einen Spion hier. Aha. Seht ihr das? Ja. Sehr schön. Der Spion macht nämlich die Grenadiere platt hier. So, das war nämlich falsch beim letzten Mal. Jetzt reden wir mal weiter hier. So. Gehen Sie zur anderen Seite der anderen. Ja, ja. So, den Spion, den brauche ich ja noch, ne? Was ist das denn? Zwei Tesla-Spulen, die sich da gegenseitig beschießen. Okay, und ein Mammut-Panzer. Was? Was kommt denn da? Schwion, gehen wir da hin. Oh. Das ist meine Tesla-Spule. Ja. Sehr schön, Leute. Geschütz-Turm deaktiviert. Der Mammut-Panzer, ey. Unglaublich. Oh, cool. So gemacht, muss ich sagen. Cool gemacht, Leute. So, wir haben noch sieben Minuten. So, das heißt, kommt mal ein Stück zurück und machen wir das da kaputt alles. Bevor jetzt hier irgendeine ungewollte Kettenreaktion kommt. So, Leute. Der Hund. Lasst ihn mal versuchen zu kommen. Genau. Der Hund. So. Ich glaube, dann kommt es jetzt mal ein bisschen weiter hier. So, der Hund. Der scheiß Hund. Oh, Gott sei Dank. So, mach den kaputt. Den hier auch kaputt machen. So. Sehr, sehr schön. Ui. Da ist ein Mammut. Ähm. Okay, der muss jetzt, glaube ich, mit einem Spion weitermachen. Nochmal kurz speichern, bitte. So. Müssen wir uns zwei. Dieser Mammut, der muss weg. Der muss unbedingt weg. Weil an dem kommen wir nicht vorbei. Hier muss ein PC sein. What? Ach, du Heilige. Okay, scheiße. Okay. Gut. Alles klar. Dann Spion. Äh, hier links her. Das ist so ein bisschen Trial and Error, habe ich das Gefühl hier. So. Wo sind die Fässer? Da unten sind die Fässer. Genau. Genau so. Okay, Leute. Dann. Dann setz dich mal im Arsch. Was macht der? Der killt meine Einheiten. Unfassbar, ey. B. E. Bitte, Commander. Der killt meine Einheiten. Unfassbar. Verlustbar. Pff. Dieser Penner, ey. Ja, wobei, die brauche ich nicht unbedingt, die Einheiten, ne? Gut. Ich habe nämlich noch einen Spion. Guck, warte mal. Speichern nochmal. Ich weiß nicht, ob dieser Mammutpanzer aktiv ist. Einsatz gespeichert. Er ist aktiv, alles klar. Gut. Zulag habe ich gespeichert, ey. Oh, Mann. Wie soll ich denn da vorbeikommen? So. Alles wieder zurück. Ah, zu spät. Zu spät. Oh, Mann, Leute. Ich hoffe, ich habe den Spielstand jetzt nicht verkackt. Ey. Das ist unfassbar, wirklich. Gut, Leute. Dann muss ich halt schnell reagieren. So. Ist der Spielstand jetzt kaputt, oder was? Das kann doch nicht sein, Leute. Ich muss jetzt einfach den Spion schützen. Ich habe keinen Arzt mehr, verdammt. Scheiße. Dieser blöde Mammutpanzer da, ey. Wirklich. Höh. Warum ist Tanja halb kaputt, ey? Bitte, Kommandor. Bin bereits unterwegs. So. Was ist jetzt mit diesem kacken Mammutpanzer da? Oh, in der Tat. Ich habe keine... Keinen Arzt mehr, ne? Ich bin aber nah am Ende, glaube ich. Oh, jetzt kommt da so ein scheiß Hund wieder. Geh bloß weg, du blöde Töle, ey. Oh, in der Tat. So, hier vorne. Mensch. Oh, in der Tat. Ja, ich habe den Spülschern, glaube ich, verkackt jetzt. Wegen diesem blöden Mammutpanzer. Wirklich. Oh, in der Tat. Was? Mega-Geschützturm wird eingeschaltet. Ah, ja. Hm, okay. Alles klar. Gut, das war jetzt... Das war blöd, dass ich da jetzt keinen Arzt mehr habe, ne? Und sieben angeschlagene Einheiten. Nein. Oh, Gott sei Dank. Scheiß Hund. Wirklich. Aber gut, Leute. Ich habe keinen einzigen Spion mehr. Der hat die alle hier unten gekillt. Oh, in der Tat. Äh. Ja, was soll ich da jetzt noch machen? Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Oh, Mann. Ich habe Schiss, dass hier ein Hund rumläuft. Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Ich möchte gerne Tanja befreien, Leute. Darf ich das? Ich möchte gerne Tanja befreien. Darf ich das? Hier. Oh, in der Tat. Alles abgesichert, eh. Wirklich. Oh, Tanja, hi. Hi, Tanja. So. Komm hier raus. Los. Oh, sehr gut. Wir haben eine Tanja, Leute. Alles klar. So, die Tanja ist dann Team 3. Sehr gut. Wir haben Tanja befreit, Leute. Äh, ja. Bats. Mit Tanja ist das jetzt ein Kinderspiel. Wirklich. Dann sammelt euch mal hier unten, bitte. Weil ich weiß nicht, was hier oben noch ist. Ja, Sir. Sehr gerne. Oh, in der Tat. Ich könnte mal so eine Kiste, Kiste oder sowas getrauchen, ne? Hier unten wäre eine. Hier unten wäre eine. Moment. Dann geht hier nochmal kurz. Ja, oder obwohl. Da sind halt die, diese ganzen Typen und der General. Nee, komm. Und. So. Ähm, Tanja. Mit dir mach ich mal diese ganzen Männchen da weg. Wer ich, Bubi, tanz mal. So. Zack, 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 zack. So. Spion. Tanja. Normale Fußtruppen. So, Tanja. Da. Da ist ein Hund. Ha. So. Leute. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal kurz. Und dann ist die Folge auch gleich schon wieder vorbei, ne? Schade, Mann. Das ist immer so schlimm. Oh, hier brauche ich definitiv Tanja, Leute. Hier brauche ich definitiv meine Tanja. Okay. Dann mach die alle weg. Bats. 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 Alle wegmachen. Hier los. Alle wegmachen. Alle plattmachen. Hier los. So. Und weg damit. Hier auch weg damit. Gut, Spion. Und hier kommt bitte hier hin. Gut, Leute. Alles klar. Wenn der Spion jetzt hier das Ding aktiviert hat, würde ich sagen, wir enden nicht mal die Folge. Ja, es ist schon wieder soweit. Schade, schade. Aber gut. Jo. Ah. Und dann ist es ja auch schon geschafft, glaube ich. Wenn wir hier durch sind, ne? Oder? Dann ist die Mission geschafft, oder? Yes, Mann. Ja, okay. Gut. Alles klar. Folge doch noch nicht beenden. Äh, ja. Ah, dann haben wir wieder den Klepaki. Alles klar. Das ging ja noch. Das ging ja noch. Okay. Alles klar, Leute. Cool. Dann würde ich mal sagen, Leute. Bonusgalerie abschließend in Griechenland. Die gucke ich mir aber nächstes Mal an. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute. Dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und. Ja, das mache ich jetzt auch nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.